Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. I know there have been questions and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity. There's something out there waiting for us. And it ain't no man. Besteht die Möglichkeit von Leben außerhalb unseres Kosmos? Mathematisch betrachtet ist dies nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Allein in unserer Milchstraße sollen sich Milliarden von bewohnbaren Planeten befinden. Wie würde wohl eine hochentwickelte Zivilisation aussehen? Nikolai Kardashov lieferte dazu eine äußerst faszinierende Theorie. Die Kardashov-Skala Die Frage nach außerirdischem Leben ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Religion diente dazu, naturwissenschaftliche Phänomene und den Sinn unserer Existenz zu erklären. Schon der Glaube an Götter in vielen Kulturen kann als frühe Vorstellung von außerirdischem Leben betrachtet werden, da er oft mit Himmelskörpern in Verbindung gebracht wurde. Frühe Zivilisationen wie die sumerische, babylonische, ägyptische und griechische Kultur hatten Vorstellungen von Göttern und Mythen, die diese Verbindung unterstrichen. Die Idee vom Leben im Kosmos, wie wir sie seit dem 20. Jahrhundert kennen, existiert jedoch auch schon deutlich länger. Bereits im 16. Jahrhundert war der Philosoph und Mathematiker Giordano Bruno einer der Denker, die öffentlich über die Unendlichkeit des Universums und die Möglichkeit anderer bewohnter Welten sprach. Seine Ideen waren ihrer Zeit weit voraus und lösten Kontroversen aus, die letztendlich zu einer Verurteilung durch die Inquisition führten. Dennoch war und ist das Thema zu faszinierend und grundlegend, um nicht auch das säkulare Zeitalter zu prägen. Heutzutage gibt es Weltraummissionen und sogar das SETI-Institut, das für Search for Extraterrestrial Intelligence steht. Die Suche nach außerirdischem Leben ist mittlerweile allgegenwärtig und als Thema in unserer gesellschaftlichen Mitte angekommen. Erste SETI-Projekte wurden bereits 1960 ins Leben gerufen. In dieser Zeit entwickelte der russische Astronom Nikolai Kadaschow eine bis heute relevante Theorie. Die Kadaschow-Skala. Jawohl und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Raum und Zeit. Hi Tim, wie fühlst du dich? Super, also die erste Folge lief ja wirklich sehr, sehr schön. Ich war echt überrascht, wie viele Personen neu dazugekommen sind. Insofern auch an alle, die vielleicht von uns beiden noch gar nichts gehört haben. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir können ja gerade mal so ein bisschen uns selber loben beziehungsweise die Community loben, die jetzt schon den Podcast gehört hat. Top 30 in Deutschland von allen Podcasts. Vielen, vielen Dank, kann man da eigentlich nur sagen. Und Platz zwei der Wissenschafts-Charts, was auch ziemlich cool klingt. Also ich besitze nicht mal Spotify. Insofern ist es witzig, wenn man sagen kann, ja, ich war bei Spotify-Charts auf Platz zwei. Das stimmt, aber wir sind tatsächlich, glaube ich, auch bei Apple noch irgendwie in den Top 15. Aber die meisten User, soweit ich das weiß, kommt tatsächlich von Spotify. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Start, muss ich sagen. Heute sprechen wir über die Kadaschow-Skala. Und bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, es gab tatsächlich auch einen User, der uns da angeschrieben hat. Und wie spricht man ihn jetzt richtig aus? Ich bin mir relativ sicher, dass er Kadaschow ausgesprochen wird. Kadaschow? Ja. Gut, dann betone ich ihn tatsächlich falsch. Ich hoffe richtig, dass ich jetzt auch falsch liege. Also das wäre schön, wenn ich hier so ein Fact-Checking mache. Es heißt tatsächlich Kadaschow. Und irgendein Deutschrosse oder so wird jetzt am anderen Ende sitzen und wird sich richtig aufregen, während er das so, während seine Autofahrt hört zur Arbeit oder so. Ja, ja, ja. Also ich kann nur noch mal an alle HörerInnen appellieren, die es wirklich wissen. Schreibt uns, schickt uns irgendwie auch eine Sprach-Memo. Wir wollen es natürlich richtig machen. Ich versuche mich jetzt hier anzupassen und versuche Kadaschow zu sagen. Vielleicht mache ich es aber auch falsch. Mir hat ein User auf jeden Fall geschrieben, man soll es als SCH und nicht als CH aussprechen. Das würde dann wieder für Kadaschow zählen. Okay. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will auch jetzt gar keine große Länge daraus machen. Schickt uns auf jeden Fall das zu. Und damit wir heute einfach mal richtig schnell in den Inhalt starten, Tim, würde ich sagen, wir starten mit deinem Deep Dive heute. Wir leben heute in einer Zivilisation, welche technologisch weiterentwickelter ist, als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der gesamten Geschichte der Menschheit. Aber nicht nur das. Durch eine exponentielle Entwicklungsgeschwindigkeit würde unser heutiger Entwicklungsstand die Vorstellungskraft eines Menschen von vor tausend Jahren absolut sprengen. Ein Mensch aus der Antike und ein Mensch aus der Steinzeit wehren sich viel, viel näher in ihrer Entwicklung, obwohl zwischen ihnen ein viel, viel größerer Zeitabstand liegt. Ja, tausende mehr. Aber sind wir wirklich weit entwickelt? Um diese Frage zumindest einzuordnen, entwickelte der sowjetische Physiker Nikolai Kardatschow 1964 die Kardatschow-Skala. Mit dieser lassen sich außerirdische Zivilisationen in drei Kategorien einordnen und dazwischen noch ein bisschen sortieren. Der Unterschied zwischen den einzelnen Kategorien ist unglaublich. Sie fängt an bei Zivilisationen, die den Menschen recht ähnlich wären, und hört auf bei Zivilisationen, welche nach unseren Maßstäben Götter wären. Es handelt sich hierbei um eine Energieskala. Dementsprechend wäre eine Stufe 1 Zivilisation eine Zivilisation, welche die gesamte Energie ihres Heimatplaneten nutzen könnte. Auf der Erde wären dies lächerlich hohe 10 hoch 16 Watt, hauptsächlich natürlich Sonnenenergie. Um das kurz einzuordnen, die Menschheit benutzt momentan ungefähr 21 Billionen Watt. Mit dieser Erkenntnis kann man gleich vorab sagen, dass jede einzelne Stufe dieser Zivilisationen so viel potenzielle Energie zur Verfügung hat, dass sie sie niemals wirklich brauchen würden. Aber das ist es auch nicht, was diese Skala so interessant macht, dass sie noch heute von der NASA benutzt wird. Deswegen lassen wir den Energieanteil erstmal in den Hintergrund rücken und gucken stattdessen darauf, was zumindest impliziert wird, was diese Zivilisationen machen könnten. Eine Stufe 1 Zivilisation müsste wirklich in der Lage sein, die gesamte Energie ihres Heimatplaneten zu benutzen. Das würde bedeuten, dass sie in der Lage wären, Vulkane auszulösen, Erdbeben zu kontrollieren und sogar das Wetter kontrollieren könnten. Laut Carl Sagan befindet sich die Menschheit momentan ungefähr auf der Stufe 0,7. Das heißt, wir könnten in den nächsten 300 Jahren eine Stufe 1 Zivilisation werden. Eine Stufe 2 Zivilisation wäre jetzt eine Zivilisation, welche die gesamte Energie eines Sonnensystems nutzen könnte. Und hier kann man einfach abkürzen und sagen, die Energie der Sonne. Denn praktisch alle Energie in jedem Sonnensystem ist immer in der Sonne drin. So eine Zivilisation hätte mehr als das 10 Milliardenfache der Energie einer Stufe 1 Zivilisation zur Verfügung. Ziemlich sicher müsste man dafür in unserer Entwicklung um Jahrtausende voraus sein. Jetzt muss man dazu sagen, dass es für uns genauso schwer wäre, den Aufbau einer solchen Zivilisation einzuordnen, wie es für einen Menschen von vor 1000 Jahren wäre, unseren Entwicklungsstand einzuordnen. Wir raten, dass so eine Zivilisation eine Dyson-Sphäre benutzen würde. Das wäre ein hypothetisches Konstrukt, welches man um einen Stern drum herum bauen würde. Jetzt muss man im Hinterkopf behalten, dass die Sonne 1,3 Millionen Mal größer als die Erde ist. Um so ein Objekt also zu bauen, müsste man einen gesamten Planeten auseinandernehmen. Anbieten würde sich hier rein theoretisch der Merkur. Eine Dyson-Sphäre würde zwar den Großteil des Lichts verdecken, welcher ein Stern ausstrahlen würde, dafür würde sie aber eine Infrarotstrahlung abgeben, welcher der Leistungsstärke des Sterns entsprechen würde. Der Erfinder der Dyson-Sphäre, Freeman Dyson, schlug deswegen vor, dass man im Weltall nach solchen abnormalen Infrarotsternen suchen sollte. Und tatsächlich hat man das auch getan und hat ab und zu Kandidaten entdeckt, welche rein theoretisch eine Dyson-Sphäre sein könnten. Das bekannteste Beispiel dafür ist Tabby's Stern. Wie bereits gesagt, würde zwischen uns und einer Stufe 1 Zivilisation Jahrhunderte liegen. Zwischen einer Stufe 1 und einer Stufe 2 Zivilisation Jahrtausende und zwischen einer Stufe 2 Zivilisation und einer Stufe 3 Zivilisation könnten Jahrmillionen liegen. Eine Stufe 2 Zivilisation könnte es noch als ziemlichen Kraftakt verstehen, ein anderes Sternensystem zu besuchen. Eine Stufe 3 Zivilisation müsste aber in der Lage sein, die gesamte Energie von allen 300 Milliarden Sternen unserer Milchstraße zu nutzen. Wir betreten jetzt einen sehr spekulativen Bereich. So eine Zivilisation könnte Sterne und schwarze Löcher nach eigenem Ermessen quasi errichten. Nach unserem Maßstab wären sie wahrscheinlich Götter. Oder zumindest wie Götter. Sie würden wahrscheinlich die volle Kontrolle über Raum und Zeit haben. Jedoch gibt es in einem sehr berühmten Film eine sehr schöne Darstellung einer Stufe 3 Zivilisation. Nämlich in Interstellar. Die niemals wirklich sichtbaren Menschen der Zukunft in Interstellar sind in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, in die Vergangenheit zu reisen und sogar Wurmlöcher zu erschaffen. Das sind alles Eigenschaften, denen man eine Stufe 3 Zivilisation zuschreiben würde. Ob solch eine Zivilisation wirklich existieren kann, ist immer Teil einer Debatte. Viele Physiker argumentieren, dass das Universum noch nicht lange genug lebensfreundlich war, um so eine Zivilisation zuzulassen. Aber wenn immer riesige, unerklärliche, kosmologische Ereignisse passieren, behält man die Option zumindest im Hinterkopf. Jawohl, wunderbarer Deep Dive, lieber Tim. Also sehr, sehr interessant. Und ich möchte gerne mit etwas starten. Und zwar mit dem Evangelium von Johannes. Und mit Sura 91, Vers 1 bis 10 aus dem Koran. Ich muss vielleicht nicht alles vorlesen, aber darin heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Und im Koran heißt es bei der Sonne und beim hellen Morgen und beim Mond, wenn ihr folgt. Beim Tag, wenn er sie erstrahlen lässt. Und bei der Nacht, wenn sie bedeckt. Und so weiter und so fort. Und worauf ich hinaus will, ist die Kardaschow-Theorie vielleicht doch religiöser geprägt, als wir das eigentlich selber wollen. Weil es hört sich schon auch irgendwie, ja, es hört sich göttlich an, wenn man davon spricht, irgendwie das komplette Universum oder die Energie des kompletten Universums nutzen zu können. Was ist da deine Meinung zu, Tim? Also vorab, Theorie muss man das gar nicht mal direkt nennen, weil es ist ja quasi eine Skala. Also so ähnlich wie Kelvin ja keine alternative Theorie zu Celsius ist bei der Temperaturskala, sondern einfach nur meiner persönlichen Meinung nach eine schlechtere Temperaturskala. Okay. Abgesehen davon muss man dazu sagen, als der Nikolai Kardaschow die selbst aufgestellt hat, da hat der das vermutlich zumindest anfänglich wesentlich trockener betrachtet, als wir das heute sehen. Also der hat einfach, der ging von der folgenden Annahme aus, die damals tatsächlich akkurater war, als sie heute war, nämlich, dass zukünftige Zivilisationen immer mehr Energie verbrauchen werden. Jetzt muss man dazu sagen, wir leben heute zwar auch in einer Zeit, wo wir wissen, dass wir in 50 Jahren viel, viel mehr Energie brauchen werden, gleichzeitig aber versuchen, Energie zu sparen. Das war für einen Mann in der Sowjetunion in den 60ern keine Sache, über die er so nachgedacht hat. Das heißt also, für ihn war es wirklich einfach eine Energieskala. Jedoch wurde natürlich, als die Skala rausgekommen ist, wurden sehr schnell sehr viele Sachen reininterpretiert. Und das ist auch keine neue Internetsache, dass da Ideen reininterpretiert wurden, sondern quasi seit den 60ern, wo die rausgekommen ist, hat dann die Physikwelt angefangen zu überlegen, was impliziert das. Und von außen sind dann durchaus, das kann man auf jeden Fall sagen, auch semi-religiöse Aspekte reingekommen. Was du ja gerade angesprochen hast, die ganze Energie eines Universums nutzen, das wäre ja die viel beschworene, von mir im Monolog gar nicht erwähnte Stufe 4 einer Kardaschow-Skala. Die wurde weggelassen, weil es praktisch Stand heute, darüber können wir vielleicht gleich reden, weiß ich nicht, Stand heute keine Möglichkeit gibt, wie man das überhaupt erreichen könnte, besonders in der kurzen Lebenszeit des Universums, in den kurzen 13,8 Milliarden Jahren bisher. Ähm, gar nichts, ich weiß. Ähm, aber ja, nee, so besonders bei der Stufe 3 Zivilisation, was ja trotzdem eine Zivilisation wäre, die die gesamte Energie einer Galaxie nutzen könnte, da kann man schon religiöse Aspekte einfließen lassen. Viele Menschen haben schon sehr früh angefangen, Dinge in die Kardaschow-Skala reinzuinterpretieren. Das ist quasi kein neuartiges Internet-Hobby, sondern das fing schon in den 60ern an. Ein sehr berühmtes Beispiel dafür ist Carl Sagan. Ich weiß nicht, wie viele den heute noch kennen, der war ja der Populärphysiker der 70er und 80er in den USA. Übrigens auch sehr verwurzelt mit der NASA, der hat auch viel darüber hinweg gemacht, aber der hat zum Beispiel die Skala dann auch erweitert. Und, ähm, muss man sagen, eine Zivilisation, welche die gesamte Energie eines Universums kontrollieren könnte, also diese hypothetische Stufe 4 Zivilisation, die ist nicht wirklich Teil der Skala, die wurde später erst hinzuinterpretiert, weil man tatsächlich Stand heute überhaupt gar nicht wüsste, wie so eine Zivilisation entstehen könnte, beziehungsweise man glaubt, dass das Universum noch nicht alt genug ist mit seinen wenigen 13,8 Milliarden Jahren, als dass so eine wirklich existieren könnte. Aber ja, auch schon bei einer Stufe 3 Zivilisation kann man von religiösen Aspekten sprechen, denn das mag jetzt vielleicht erst mal komisch klingen, aber unsere Anforderung davon, was ja ein Gott können muss, die ist technisch gesehen gar nicht so hoch. Also eine Stufe 3 Zivilisation hätte bereits so unglaublich viel Energie und Macht, man darf ja nicht vergessen, wie gewaltig groß unsere Galaxie ist, dass das Erschaffen von Leben oder das Besiegen der Sterblichkeit da im Vergleich zu wirklich sehr, im Vergleich wie sehr, sehr geringe Hürden wirken. Oder beziehungsweise eigentlich habe ich zwei Fragen. Du hast jetzt gerade eben gesagt, das ist eine Skala und keine Theorie und hast das beispielsweise jetzt auch mit Calvin und Celsius verglichen. Ich stolper da ein bisschen drüber, weil das, was er über die Typ 2 und Typ 3 Zivilisation sagt, das ist ja auch wirklich nur irgendeine Idee erst mal. Also das kann eine sehr inspirierende Idee sein, aber es ist eine Idee. Und wenn wir beispielsweise ansonsten von einer Skala sprechen, also von Einheiten, dann ist das ja wissenschaftlich erst mal fundiert und auch mathematisch beispielsweise berechenbar. Dementsprechend stolper ich ein bisschen drüber, wenn du sagst, es ist keine Theorie, weil es ist ja kein Fakt, ob eine Typ 2 Zivilisation wirklich so aussehen würde. Das ist ja aber eigentlich auch nicht Teil seiner Skala. Seine Skala ist mathematisch fundiert. Seine Skala ist quasi, so viel potenzielle Energie hat ein Sonnensystem, so viel potenzielle Energie hat eine Galaxie. Wenn man so viel potenzielle Energie nutzen kann, wie eine Galaxie hat, dann ist man eine Stufe 3 Zivilisation. Alles Weitere ist danach gekommen, weil danach haben sich Leute gefragt, inwieweit er das auch schon gemacht hat, das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist ja ganz schön, aber wie nutze ich denn die Energie zum Beispiel eines Sonnensystems? Also bei der Stufe 3 Zivilisation kann man ewig raten, das ist so weit aus unserer Hand, das könnte ich jetzt auch nicht sagen. Aber da muss man halt gucken, okay, die gesamte Energie eines Sonnensystems, das ist de facto eigentlich einfach die Sonne. Also die Planeten haben ja kaum Energie. Das heißt also, man muss die Sonnenenergie kontrollieren. Ergo die nächste Frage ist dann also, wie würde ich die Sonnenenergie kontrollieren? Und dann ist die Antwort darauf, die einzige, die wir uns bisher ausgedacht haben, die Dyson-Sphäre. Wenn man sich aber anguckt, du hast natürlich recht, dass niemand heutzutage auf die Kalatschaufskala guckt und dann von einer Energieskala spricht, sondern dass man immer darüber hinausdenkt, dann muss man sagen, eigentlich ist das keine gute Skala. Das ist keine gute Skala eigentlich aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, weil es halt schon fragwürdig ist, ob eine zukünftige Zivilisation wirklich die ganze Energie eines Sonnensystems jemals brauchen würde, beziehungsweise jemals die Ambition hätte, die gesamte potenzielle Energie zu nutzen. Selbst wenn sie die nicht brauchen würde, dass sie überhaupt quasi versuchen, die Möglichkeit zu haben, die zu kontrollieren. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal gerade ganz konkret auf die Menschheit gucken, wir planen doch gar nicht, die gesamte Energie der Erde zu 100 Prozent zu nutzen, bevor wir das Sonnensystem kolonialisieren. Das heißt also, ein Problem der Skala ist, dass man nicht wirklich Stufe 1 rein theoretisch vollenden müsste, um halt als nächste Stufe 2 zu vollenden. Das ist ein ziemliches Manko. Und dann natürlich die offensichtliche Tatsache, dass es wild ist, zu glauben, dass wir vorhersagen könnten, wie höhere Zivilisationen tatsächlich agieren würden. Nicht zuletzt auch, das habe ich jetzt im Monolog nicht erwähnt, weil wir ja gar nicht wissen, ob die nicht vielleicht eine Physik kennen würden oder ob wir in der Zukunft nicht vielleicht eine Physik kennen würden, die uns heute komplett verschlossen ist, die uns da vielleicht auch ganz andere Alternativen liefert. Passend dazu kam übrigens eine Frage, eine Hörerfrage von 1.7.1Lukas. Und der hat nämlich gefragt, wäre es möglich, dass ein Gott alles erschaffen hat? Also Universum, Evolution, etc. Und ich schieße direkt mit, fast die gleichgestellte Frage, ist es überhaupt realistisch, dass es eine Typ-3-Zivilisation gibt? Okay, ja. Fangen wir erst mal mit der Typ-3-Zivilisationsfrage an. Jede Frage nach einem Gott, der das Universum erschaffen hätte. Also quasi nicht nur die Erde, wobei es da auch nicht wirklich einen brauchen würde, aber der wirklich das Universum erschaffen hätte, wäre ja dann eine Typ-4-Zivilisation mindestens. Eher Typ-5, also da springen wir sogar noch eine weitere hypothetische Stufe hoch, weil Zivilisation, die Universen erschafft, kann ja nicht einfach die Energie des Universums kontrollieren. Theoretisch, es gibt eine andere Möglichkeit, die kann ich gleich kurz anreißen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Typ-3-Zivilisation existiert, die ist sehr umstritten. Weil es gibt viele Physiker, die wirklich argumentieren, dass das Universum zu jung dafür ist. Man darf nicht vergessen, in den ersten paar Milliarden Jahren war das Universum viel lebensfeindlicher als heute. Die ganzen Galaxien sind erst entstanden. Man geht davon aus, dass es viel mehr Gamma-Blitze gab, quasi dass alles eine ganze Ecke chaotischer war. Jetzt muss man andersherum wieder betonen, wir wissen nicht, wie lange eine Typ-3-Zivilisation zum Entstehen bräuchte. Wir vermuten ein paar Millionen Jahre, damit die sich wirklich auch in einer Galaxie ausbreiten kann. Jetzt muss man auch wieder dagegen halten, dass wir technisch gesehen gar nicht wissen, ob eine Typ-3-Zivilisation existieren kann. Wir sprechen gerade aus einer Lage heraus, wo wir nicht mal wissen, wann wir jemals wirklich in der Lage sein werden, unser eigenes Sonnensystem zu verlassen. Und das wird dann bedeuten, dass wir vielleicht einen Nachbarstern erreichen. Dann fehlen halt immer noch 300 Milliarden weitere Sterne, die wir besuchen müssten, bevor wir eine Typ-3-Zivilisation wären. Das ist also schon ein gewaltiger Kraftakt. Jetzt ist es aber so, dass es durchaus auch Fürsprecher dafür gibt, denn es gab sicherlich auch mal Phänomene, also natürlich, es gab Phänomene, die wir beobachtet haben, auch in unserer Milchstraße, wo es dann Leute gab, die gesagt haben, das könnte ein Anzeichen gewesen sein für eine Typ-3-Zivilisation. Generell jetzt immer der Disclaimer, egal was jemals entdeckt wurde, egal was man jemals für Phänomene hatte, die Grundregel in der Physik ist immer, es sind keine Aliens, weil man möchte so stark glauben oder so stark darauf hoffen, dass man Aliens gefunden hat, dass man vorab immer sich selbst sagen muss, es sind keine Aliens, es gibt tausend andere Möglichkeiten. Wenn wir das aber im Hinterkopf behalten, dann muss man sagen, dass es zum Beispiel 1954, meine ich, wäre es ein Phänomen gab, wo in der Nähe des Orion-Nebels hunderte Sterne gleichzeitig einfach dunkel geworden sind. Also die sind nicht Supernovas geworden und dass hunderte Sterne in dem gleichen Gebiet auf einmal schwarze Löcher werden, das ist statistisch gesehen so sinnbefreit eigentlich, dass man auch sehr direkt sagen kann, das wird es definitiv nicht gewesen sein. Das wäre ein Beispiel, was man nicht erklären könnte, das wäre aber genau die Art von Phänomen natürlich, nach der wir suchen würden, wenn wir gucken würden, ob eine Stufe-3-Zivilisation irgendwie in dieser Mehlstraße aktiv ist. Du hast in deinem Deep-Dive gesagt, nach Sagan-Berechnung stehen wir ungefähr bei 0,7. Und in, ich glaube, 300 Jahren wären wir dann eine Typ-1-Zivilisation. Genau. Anhand von was macht er das fest? Also Carl Sagan hat dafür tatsächlich eine ganz eigene Rechenformel aufgestellt, weil der Kardaschow selbst, der hat niemals geplant, dass es zwischen seinen drei verschiedenen Stufen nochmal Unterstufen gibt. Das muss man sagen, das ist irgendwie eine wilde Entscheidung von ihm ein bisschen gewesen, weil halt zwischen den drei Stufen gewaltige Zeitabstände liegen. Wie genau seine Rechenformel aufgebaut ist, kann ich tatsächlich aus dem Kopf heraus jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, der hat aber geguckt, wie viel potenzielle Energie wir rein theoretisch nutzen könnten. Man muss ja sagen, das habe ich auch im Deep-Dive erwähnt, dass wir nicht im Ansatz unsere potenzielle Energie nutzen. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, was wir gerade nutzen und was wir nutzen könnten. Also wir könnten ja zum Beispiel viel, viel mehr Sonnenenergie abfangen, wenn wir Lust darauf hätten. Und dann hat er sich vermutlich überlegt, was bräuchte es jetzt noch, damit wir das vervollständigt haben. Was wir zum Beispiel nicht machen können, ist Erdbeben auslösen. Das ist eine Kraft, die beherrschen wir noch nicht. Die 300 Jahre, 300, 400 Jahre sind natürlich jetzt eine sehr grobe Schätzung dann. Wir gucken, wie schnell gerade der Entwicklungsstand ist, wie schnell sich die Menschen gerade entwickeln. Rein theoretisch könnte es auch sein, dass wir in 100 Jahren bereits sagen, oh ja, mit der modernen Technik, die wir jetzt gerade mithilfe von KI entwickelt haben, haben wir es eigentlich schon geschafft. Wäre auch möglich. Das heißt, auch hier ist alles, zumindest wenn wir jetzt auf die Zukunft gucken, natürlich extrem schwammig. Welche Energiequellen und Technologien würden wir denn überhaupt nutzen können als Typ-2-Zivilisation? Also ich habe schon rausgehört, die Sonne ist so der zentrale Energiespender und bleibt das auch bei einer Typ-2-Zivilisation? Ja, bei Typ-2 wäre es ja ganz exakt die Sonne. Ja, genau. Aber was beispielsweise wäre jetzt an Technologien da oder was gibt es da in der Theorie zumindest bisher? Im Groben hatte ich ja im Deep Dive die Dyson-Sphäre schon erwähnt. Jetzt muss man sagen, es gibt theoretische Alternativen zur Dyson-Sphäre. Die kann man aber halbwegs vernachlässigen. Ganz konkret wird von unserer Perspektive aus, das sage ich jetzt extra, weil wir noch nicht in der Zukunft leben, immer von Solarkollektoren gesprochen. Also technisch gesehen sowas wie Solarplatten. Solarenergie, 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 weil man nicht wirklich irgendwas anderes braucht. Also das gilt auch tatsächlich ganz groß, darum geht es auch ganz groß, wenn man sich fragt, welche Energie man auf der Erde gewinnen kann, dass man halt sagt, okay, so ein großer Teil der potenziellen Energie der Erde wäre schon abgefangen, wenn wir die ganze Erde rein theoretisch mit Solarkollektoren quasi überdecken würden. Auch in so einem Beispiel. Das heißt, Solarenergie zieht sich tatsächlich durch die gesamte Skala, wobei es natürlich spätestens ab Stufe 3 relativ schwammig wird, weil es dann schwerer zu sagen wird, welche Techniken solche Wesen nutzen würden. Aber ja, ich finde das immer relativ witzig, weil das zeigt halt auch ein bisschen, wie nah uns eigentlich noch die Idee, unsere Idee einer Typ-2-Zivilisation ist. Ja, denn im Grunde haben wir ja gesagt, so eine Dyson-Sphäre, diese Alien-Megastruktur, ja, das könnte rein theoretisch einfach eine riesige Solaranlage sein. So, das ist natürlich, es kann natürlich sein, dass rückwirkend die Menschen der Zukunft dann darüber lachen und sagen, okay, die haben jetzt ihre Idee davon, wie eine, wie eine Energie, ja, eine Energiesammelanlage funktionieren sollte quasi, genutzt, die sie selber in ihrem 21. Jahrhundert die ganze Zeit genutzt haben und haben ernsthaft gedacht, dass wir das 3000 Jahre später auch noch benutzen. Oder sie sagen, Mensch, guck mal, vor 3000 Jahren waren die schon ganz schön weit in ihrem Denken. Na gut, das vielleicht auch, aber ich meine, es gibt ja immer diese schönen Illustrationen, was Menschen so Ende des 19. Jahrhunderts dachten, wie Menschen im 21. Jahrhundert leben. Und da war zum Beispiel Dampfkraft auch noch wesentlich relevanter. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass das Konzept damals entwickelt worden wäre und man wirklich überlegt hätte, dass man irgendwelche gigantischen ozeangroßen Wasserbecken irgendwie über der Sonne befestigt hätte, um jetzt die Dampfenergie von Milliarden von Dampfmaschinen gleichzeitig zu nutzen. Also man sieht ein bisschen sehr schnell, was halt die Tücken sind, wenn wir überhaupt versuchen, diese Ideen anzustellen. Deswegen wird das auch von nicht allen zwangsweise ernst genommen, wenn auch nicht von allen komplett unernst genommen, dass wir natürlich nach Anzeichen von Dyson-Sphären im Weltall suchen. Ich hatte, glaube ich, im Deep Dive ganz kurz Tabby's Stern erwähnt, wobei man auch hier sagen muss, bei Tabby's Stern, das ist so ein Stern, der hat halt ganz komisch geflackert. Also auf unerklärliche Art und Weise hat er seine Helligkeit verloren und wieder gewonnen. Auch da muss man sagen, es gibt definitiv einige andere Antworten. So Stichwort, es sind keine Aliens. Andere Antworten, die da Sinn ergeben und teilweise mehr Sinn ergeben. Da wurde die Dyson-Sphäre auch nur sehr populär gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, Tabby's Stern wird trotzdem als ein sogenanntes SETI-Objekt eingeordnet. Das heißt also, es gibt durchaus Wissenschaftler, die da eine Chance sehen. Es ist natürlich wild, dass wir uns ein Konzept überlegt haben, wie man die gesamte Energie in einem Sonnensystem abfangen kann, ohne nochmal, das will ich betonen, uns überlegt zu haben, ob man das wirklich brauchen muss. Die momentane Tendenz ist ja nein. Und dann gesagt haben, okay, nach diesem Objekt suchen wir jetzt erstmal tendenziell, weil wir einfach keinen anderen Hinweis haben. Also es ist tatsächlich ein gutes Stichwort, was du da nennst. Du hattest ja gerade eben auch schon von anderen Phänomenen, die wir uns noch nicht erklären können, gesprochen. Es haben ganz, ganz viele HörerInnen Fragen gestellt, die in diese Richtung gehen, unter anderem auch Sinan, ob es schon mal Hinweise auf eine andere Zivilisation gab. Wir kennen beispielsweise alle die Geschichte vom Wow-Signal, was ja widerlegt wurde. Du hast jetzt gerade eben schon zwei andere Phänomene angesprochen. Gib uns da mal so einen Überblick. Was gibt es da so an heiß diskutierten Themen? Das Problem ist sicherlich, wie schon gesagt, alles, was wir als Hinweis interpretieren können, können wir meistens in tausend andere Richtungen interpretieren. Das beste Beispiel war jetzt Tabby's Stern. Dann gab es diese anderen Sterne, die verschwunden sind. Das sind ja erstmal sehr unkonkrete Hinweise. Genauso auf der gleichen Ebene könnte man dann Umuamua nennen. Das ist ja bisher der einzige Asteroid gewesen, falls es dann ein Asteroid war, der außerhalb des Sonnensystems in unser Sonnensystem gekommen ist. Der hatte eine etwas skurrile Form, deswegen haben da auch viele sofort gerufen, das könnte eine außerirdische Sonde sein oder vielleicht sogar realistischer Weltraumschrott sein, der seit Jahrmillionen unterwegs ist. Und bei all diesen Sachen kann man sagen, ja, vielleicht ist das möglich, aber nur weil etwas möglich ist, ist es halt kein Anzeichen. Wenn wir wirklich auf richtig konkrete Anzeichen gucken, dann sind wir eigentlich noch bei Null. Vielleicht haben wir schon Aliens entdeckt. Vielleicht haben wir schon Sterne gesehen, bei denen, also wir wollen es hoffen, wir haben ja viele Sterne gesehen, dass wir schon sehr oft quasi an Aliens vorbeigeguckt haben. Das wäre viel wahrscheinlicher, als dass wir bisher Signale von denen gefunden haben. Auch, dass wir Sachen falsch interpretiert haben oder so etwas. Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf Radiosignale gucken, Stichwort das Wow-Signal, da muss man sagen, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir wirklich Radiosignale von Aliens empfangen. Erstens, auch hier wieder der Punkt, wir wissen gar nicht, ob die so kommunizieren würden. Wobei man hier sagen muss, es ist zumindest nicht komplett sinnbefreit, dass sie es tun würden. Man muss aber sagen, dass Radiosignale nicht unlimitiert weit einfach durch den Kosmos reisen können, sondern nach ungefähr 150 Lichtjahren haben die sich auch ziemlich erledigt. Also da sind die so korruptiert quasi, dass man gar nicht mehr richtig verstehen kann, was die Ursprungsnachricht war. Aber hier kann es auch wiederum sein, wieder das gleiche Beispiel, dass es sein kann, dass wir die schon längst erhalten haben, aber die es auch nicht richtig wahrgenommen haben, weil wir das entweder missinterpretiert haben oder dachten, es kommt von der Erde. Denn gerade bei Radiosignalen existiert das ganz konkrete Problem, dass ständig Signale von der Erde kommen, die quasi wieder bei der Erde ankommen und wir uns dann sonst irgendwas dabei denken. Wir sind halt einfach, das muss man sagen, auch wenn man aus der Richtung guckt, wir sind ja gerade auch einfach noch fast gar nicht im Kosmos zu entdecken. Das heißt, dass wir ganz gezielt kontaktiert werden. Das ist extrem unwahrscheinlich und sollten wir in den nächsten 100 Jahren eine Zivilisation finden, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir sie finden werden, indem da wirklich ein Kontaktaufbau stattfindet, sondern wirklich eher, indem wir etwas beobachten, bei dem wir dann ganz klar sagen können, okay, das hatte jetzt keinen natürlichen Ursprung und selbst dann werden wir wahrscheinlich über Jahre hinweg raten, bevor irgendwie ein Konsens besteht, dass das tatsächlich außerirdischen Ursprungs ist. Auch da wieder perfekte Vorlage, Tim. Genau zu diesem Thema sprechen wir gleich noch weiter. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil ich mich gerade selber sprechen gehört habe, ich habe HörerInnen gesagt und dadurch, dass wir ja auch öfter unsere HörerInnen gerne einbauen, und ich habe auch zwei, drei Nachrichten, nicht viele, aber ein paar vernommen, die sich über das Gendern aufgeregt haben. Und da wollte ich einmal nur kurz loswerden. Ich weiß zwar gar nicht, ob Tim überhaupt gendert, ich versuche das hier ab und zu zu machen, aber dass ihr euch die Mühe, also diese Verhältnismäßigkeit der Mühe, diese Nachricht zu schreiben, zu den wenigen Gendern, was wir hier in der Folge haben, die steht schon in einem relativ kritischen Verhältnis und ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Und wie wir das jetzt zurückschaffen, ich versuche das jetzt gerade mal, ob das schon die Zukunft ist und ob beispielsweise auch Aliens gendern, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen, aber lasst den Menschen einfach ein bisschen Space für ihre Bedürfnisse und für alle rückwärtsgewandten. Die nächste Kategorie könnte euch gefallen. Wir kommen zum historischen Teil. Jeden Tag senden Signale von der Erde ihre Botschaft in die unendlichen Weiten unseres Kosmos. Doch selbst die stärksten Funksignale schwächen sich mit der Entfernung ab. Daher viel faszinierender ist der Blick auf die menschengemachten Objekte, die am weitesten ins Universum vorgedrungen sind. Und das sind die Voyager 1 und 2. Diese interstellaren Raumsonden wurden 1977 gestartet und 2005 erreichte die Voyager 1 als erstes von Menschenhand geschaffenes Flugobjekt die Grenzen unseres Sonnensystems. Im Jahr 2012 betrat sie schließlich den interstellaren Raum. Bis heute halten wir Kontakt mit beiden Raumsonden. Es wird erwartet, dass ihre wissenschaftliche Mission in den 2020er Jahren endet und der Funkkontakt in den 2030er Jahren verloren geht. Doch ihre Reise wird weitergehen und sie tragen eine ganz besondere Fracht. Die Voyager Golden Records. Diese Datenplatten wurden erstellt, um außerirdisches Leben über unsere Existenz zu informieren. Die 30 cm großen vergoldeten Kupferscheiben sind in einer Schutzhülle aus vergoldetem Aluminium untergebracht, das geringe Mengen des Isotops Uran-238 enthält. Dieses ermöglicht es potenziellen Findern durch den Zerfall des Isotops das Alter des Speichermediums zu bestimmen. Doch was ist auf diesen Platten eigentlich gespeichert? Es gibt 115 analoge Bilder, mathematische Formeln, Informationen über unser Sonnensystem, die Struktur der Erde, Architektur wie das Sydney Opera House, aber auch ein ganz normales Wohnhaus, Abbildungen von Menschen und Tieren aus verschiedenen Teilen der Erde, Details über unsere Anatomie, ja sogar ein Röntgenbild einer Hand, sowie die Darstellung von Sportarten. So sieht man beispielsweise Valery Borsow, einen olympischen 200-Meter-Sprinter. Doch es gibt auch Audiodateien auf der Datenplatte, Tiergeräusche, 90 Minuten Musik von Johann Sebastian Bach, Ludwig von Beethoven bis hin zu Chuck Berry und Louis Armstrong. Doch die Außerirdischen werden auch direkt adressiert. So gibt es beispielsweise eine schriftliche Botschaft des US-Präsidenten Jimmy Carter, sowie Grußbotschaften in 55 verschiedenen Sprachen, einschließlich Deutsch. Herzliche Grüße an alle. Ob das wohl Eindruck macht? Auf den ersten Blick mag es wie eine amüsante Idee erscheinen. Aber denken wir einmal genauer darüber nach. Was würden Außerirdische wohl mit diesen Informationen anfangen? Ja, was würde eine fremde Zivilisation damit anfangen? Ich bin bei dem Thema kein Optimist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn sie so ähnlich ticken wie wir oder so expansiv handeln, dann ist das mit der Golden Record wahrscheinlich eine richtig dumme Idee gewesen, oder? Ich sehe, was du meinst, auf jeden Fall. Tatsächlich hätten sie nicht alle Informationen, die vielleicht für sie relevant wären. Ich musste gerade, als wir das angehört haben, ein bisschen schmunzeln. Es ist so, dass auf der Golden Record ein Bild von einem nackten Mann drauf ist, also mit den Genitalien natürlich, und daneben ein Bild von einer Frau, dass aber die gut christliche NASA der 1970er sich geweigert hat, die Genitalien einer Frau mit drauf zu zeichnen, weil sich das ja nicht gehören würde. Was wild ist, wenn man bedenkt, dass die das Objekt danach tief in die Weiten des Weltalls geschickt haben, mit dem Ziel, das raus in den Kosmos zu bewegen. Also, sehr interessante Prioritätensetzung. Man muss generell sagen, ja, ich sehe, was du meinst. Also, kurz, das berühmteste Dickpic der Welt dann, oder was? Also, man sieht wirklich den Mann komplett nackt? Ja, gut, berühmt. Also, das ist ja aufgezeichnet. Also, das ist quasi kein richtiges Foto. Ah, okay, aufgezeichnet. Genau, deswegen konnten die auch bei der Frau das dann quasi einfach nicht mitzeichnen. Also, das war möglich. Es würde mich mal sehr interessieren, was Aliens dann denken, wie wir uns fortpflanzen. Aber das überlasse ich denen. Um deine Fragen konkret zu beantworten, ich sehe, was du meinst. Man bedenke, wie es wäre, wenn die, also, gut, für die ging es ja so oder so nicht gut aus, aber wenn zum Beispiel die Azteken oder irgendwelche anderen indigenen Völker in Amerika damals den Spaniern quasi einen detaillierten Bericht gegeben hätten, so, was man alles über deren Kultur wissen muss, aber vor allen Dingen, was man alles so über deren, über deren Werte wissen muss und wo sie am verletzbarsten sind oder dergleichen, das haben wir natürlich schon ein bisschen so gemacht. Was jetzt zumindest dagegen sprechen würde, dass die Gefahr so groß ist, ist einfach die Tatsache, dass es unglaublich lange dauern wird, bis die Golden Records irgendwo ankommen. Also es gibt ja zum einen den, das Problem könnte man sagen, dass die Voyager-Sonden keine Signale rausschicken. Das heißt, eine außerirdische Zivilisation muss wirklich diese Sonden als erstes finden. Die Sonden machen nicht auf sich aufmerksam. Und die reisen natürlich jetzt die ganze Zeit durch den Kosmos. Ich glaube, es wird 14.000 Jahre dauern oder sogar länger noch als 14.000 Jahre. Könnte noch 20, 24.000 Jahre sein, bevor die überhaupt erst am nächsten Sternensystem vorbeikommen. So bis Aliens, die wirklich einsammeln werden oder die wirklich finden werden, wird der Mensch definitiv entweder nicht mehr existieren oder er wird auf eine Art und Weise existieren, die ja schon ganz weit daran vorbeigeht. Man darf nicht vergessen, wenn wir jetzt ja über eine Typ-2-Zivilisation sprechen, falls wir jetzt mal so tun, als wenn die Dyson-Sphäre doch realistisch ist, dann planen wir das ja schon so innerhalb der nächsten, ja, 3.000 Jahre, mindestens 3.500, 3.000, 5.000 Jahre zu erreichen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt, wo quasi die Aliens die Aufzeichnung einer Stufe 0,7 Zivilisation finden, könnten wir uns bereits bei der Stufe 2, irgendwas befinden. Okay, das klingt irgendwie ein bisschen traurig und ich habe jetzt gerade irgendwie im Kopf gehabt, so 3.000 Jahre, wer weiß, ob der Planet dann überhaupt noch so funktioniert, dass wir da ordentlich drauf leben können. Ja, das kriegen wir, wir kriegen es hin, dies zu verhindern. Ja, ich gehe auch davon aus, traurigerweise muss man sagen. Mal angenommen, wir fänden Beweise für eine Typ-2-Zivilisation. Ja. Haben aber noch keinen Kontakt mit ihnen und wissen auch nicht, ob sie von unserer Existenz wissen. Was würde bei uns passieren dann? Das ist eine spannende Frage. Ich denke, ich weiß nicht, ob das noch eine weitere Frage gleich sein wird, dass es wesentlich ruhiger oder optimistischer ablaufen würde, wie als wenn wir rausfinden würden, dass eine Typ-3-Zivilisation in unserer Milchstraße existiert. Das wäre schon gruseliger. Eine Typ-2-Zivilisation, wir können ja nicht mal als Beispiel nehmen, wir entdecken heute eine Dyson-Sphäre. Und wir wissen definitiv, das ist eine Dyson-Sphäre. Ich persönlich würde raten, dass das Erste, was passiert ist, dass eine heftige Debatte entsteht und danach aber entschieden wird, dass wir sämtliche Radiosignale, die wir gerade rausschicken, erstmal einstellen. Und dass wir dann erstmal sehr, sehr lange beobachten. Ich denke schon, dass das ein gewaltiger Kulturschock wäre, weil wenn wir jetzt immer die Frage stellen, gibt es Aliens da draußen? Da sagt ja schon der Großteil der Gesellschaft, ja, natürlich muss es Aliens da draußen geben in dem gewaltigen Universum. Aber über dieses Jahr hinaus beschäftigen sich viele Menschen gar nicht wirklich mit dem Gedanken. Und ich glaube schon, dass das vielleicht nicht zwangsweise überall für Existenzkrisen sorgen würde, unseren Platz im Kosmos, da würde er sich wahrscheinlich nochmal neu orientieren. Insofern würde ich darin wahrscheinlich sogar eine positive Entwicklung sehen, weil mehr Menschen tatsächlich dann mal unsere Zukunft im Kosmos reflektieren würden. Gleichzeitig wäre es wahrscheinlich danach, aber wie schon gesagt, trotzdem mit einer Menge Panik verbunden. Denn eine Typ-2-Zivilisation wäre uns nun mal massiv weit überlegen. Und wir wissen ja immer noch nicht, ob die friedlich gestimmt sind. Das wäre ja schon ein bisschen so, als wenn wir jetzt auf einmal eine gewaltige Militärmacht in einem Nachbarland entdecken würden und nicht wissen, auf welcher Seite die quasi stehen, muss man da schon sagen. Ich bin, also ich sehe tatsächlich vor meinem geistigen Auge die Kirche oder den Papst, der versucht, das dann umzudeuten und das als göttlich oder was auch immer darzustellen. Und jeder, der da irgendwie daran teilhat, hat oder sich selber irgendwie gefährdet sieht, dadurch, dass wir dann wissen, es gibt da eine andere Zivilisation, dass da jeder versucht, irgendwie sich so selber zu positionieren und ich sehe da ganz, ganz viel Chaos. Tatsächlich hat der Vatikan ja 2008 ihren Chefastronom gefeuert. Ich glaube, da war auch Bischof oder sowas. Du musst ja Kirchenangehöriger sein, weil der damals im Interview gesagt hat, dass er fest davon ausgeht, dass es Aliens gibt, was halt eine sinnvolle Antwort war. Wie schon gesagt, der Chefastronom des Vatikans ist ja keine dumme Person. Auch die ganzen anderen Astronomen dort nicht. Das ist eine sehr sinnvolle Antwort gewesen. Natürlich wird es da draußen Aliens geben. Aber damals, das war sehr interessant, weil man wusste ja, man weiß ja nicht wirklich, ob die Kirche nicht doch irgendwelche Notfallpläne da hat. Also das sind ja schon sehr viele Leute, die da arbeiten. Aber zumindest 2008 noch haben die gezeigt, dass die nicht bereit waren, da irgendwie auch nur ein bisschen Freiraum in diese Richtung zu geben, sondern dass die voll dagegen gepult sind. Es gibt aber tatsächlich einen christlichen Religionsableger, falls man das so nennen kann, der fest davon ausgeht, dass es Aliens gibt und du wirst niemals glauben, welcher das ist. Der ist vor allen Dingen in den USA aktiv. Okay, sag's. Die Mormonen. Im Buch der Mormonen wird beschrieben, dass es Planeten geben sollte mit außerirdischem Leben. Okay. Aber, also es geht jetzt nicht in so eine Prä-Astronautik-Richtung? Nee, nee, nee. Die sagen nicht, soweit ich das jetzt weiß, ich hab das Buch natürlich auch nicht durchgelesen, aber soweit ich das weiß, gibt's da jetzt nicht irgendwie sowas wie, ja, die haben auch schon Kontakt mit euch aufgenommen oder sowas, sondern die sagen einfach nur, ja, Gott hat übrigens, Gott, also die, gut, das Buch ist natürlich eine ganze Ecke später entstanden, als die Bibel und der Koran. Und dass der Joseph Smith, der das geschrieben hat, ein komischer Typ war, das ist nicht Platz für, das gehört jetzt nicht in diesen Podcast rein. Aber der hat im Grunde gesagt, so, ja, wir wissen ja quasi, das wusste man ja zu dem Zeitpunkt schon, dass es da draußen andere Planeten gibt. Und dementsprechend muss man sagen, ja, Gott hat definitiv auch weitere Planeten mit Leben erschaffen. Die waren da relativ konkret drüber. Deswegen wird's sehr stark darauf ankommen, wie die Religion damit umgeht, ja. Ich meine, die Kirche ist nicht daran zerbrochen, dass sie damals festgestellt hat, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Vielleicht schafft sie sowas nochmal. Trotzdem wird das ein Schaden für alle Weltreligionen sein, weil die Menschen, also ich, so viele Menschen haben das, glaube ich, schon ein bisschen auch in ihrem Inneren als ein Kriterium, dass das quasi, der Mensch ja doch irgendwie ein bisschen im Mittelpunkt stehen muss. Ja, dass wir die Einzigen sind. Und vor allen Dingen, die am weitesten entwickelt werden. Göttliche Geschöpfe. So, wir würden ja eine Zivilisation entdecken, die uns um Welten voraus wäre. Das ist ja nochmal was Erniedrigenderes. Wahrscheinlich würde es eher sogar in neue Religionen oder sowas ein. Oh, das wäre ganz, ganz nervig. Also so, 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 so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, das wäre, das Schlimmste Szenario wäre, dass Scientology wieder richtig, richtig erfolgreich wird. Oh ja. Oh ja, ja. Oh, hören wir lieber damit auf. Drehen wir das Ganze mal um. Welche Verantwortung hätte denn eine höhere, oder eine höher entwickelte Zivilisation gegenüber uns? Und bitte, bitte sag nicht gar keine. Darf ich wirklich nicht gar keine sagen? Okay, folgendes Beispiel. Sag deine Weiber. Folgendes Beispiel. Wir, wir, wir geben ja einem Eichhörnchen die, die Möglichkeit, so intelligent zu denken, wie ein Mensch, zu sprechen und, und zu interagieren, ja. Das gesamte Leben eines Eichhörnchens findet auf einem einzigen Baum statt. Oder natürlich meistens auf mehreren Bäumen, aber es kann auf einem Baum stattfinden. Es lebt dort, es hat dort seine Nahrungsquelle oder es kann seine Nahrungsquellen finden, es kann dort seine Sachen verstecken. Die gesamte Kultur des Eichhörnchens dreht sich um einen Baum, ja. Wenn der Mensch eine Autobahn bauen will, dann ist ihm das scheißegal, der wird diesen Baum platt machen, ja. Und egal, wie intelligent dieses Eichhörnchen ist, du kannst diesem Eichhörnchen niemals erklären, dass, dass du, dass dieser Baum fallen muss, damit jetzt eine Autobahn gebaut wird. Weil überhaupt das Konzept einer Autobahn ist sinnbefreit für dieses Eichhörnchen. Es braucht schließlich nur den einen Baum zum Leben oder beziehungsweise einfach so einen Baum. Wofür braucht es irgendwelche Straßen, die Dinger transportieren und diese ganze Weltwirtschaftssysteme etc.? Was ich sagen will, ist, ich glaube, wenn wir jetzt von einer Stufe 3 Zivilisation zum Beispiel sprechen, dann sind wir das Eichhörnchen. Wenn die die Energie eines Sterns brauchen, ja, dann können wir sagen, ja, wir brauchen die gesamte Sonnenenergie zum Leben, unser Planet bewegt sich drum herum. Das ist aber so klein gedacht, dass sich da keine wirkliche Verantwortung ergibt, ja. Und wir sind ja auch nicht das einzige Eichhörnchen, denn wenn es eine Typ 3 Zivilisation in der Mechstraße gibt, dann wird es auch Millionen weitere Eichhörnchen wie uns geben. Ob man jetzt unseren Baum zerstört oder nicht, das ist eigentlich ziemlich relativ. Das Gnädigste, was die machen könnten, ist, dass die unsere neue Götter werden. Ich habe es immer in einem Livestream gesagt, aber es ist dir egal, ob du an einen Gott glauben willst oder nicht. Wenn eine Typ 3 Zivilisation hier auftaucht, dann hast du deinen Gott. So, er ist da. Dieser Gott kann all das machen, was dein christlicher oder muslimischer Gott machen kann, mit dem Unterschied, dass du nicht die Möglichkeit hast, zu hinterfragen, ob er real ist, selbst wenn du es machen willst, weil er ist da. Aber das würde voraussetzen, dass dieser Gott sich für dich interessiert, weil viel gefährlicher wäre ein Gott, dem du so egal bist, dass er, wir wissen ja nicht mal, ob wir von denen als lebendig betrachtet werden. So, vielleicht sehen die uns wie Einzeller an. Vielleicht haben wir noch nicht eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht, quasi wie ein Embryo, der noch nicht entwickelt ist oder so etwas. Okay, Tim hat seinen Moment wieder erreicht, wo er alle verschrecken kann und alle in Albträume stoßen kann. Okay, ja, man sieht, dass du zufrieden bist und, ja, you're welcome. aber ich habe eine kleine Hintertür. Was ist, wenn wir, äh, nochmal zurück kurz zu der Kardaschow-Skala gehen und wir sagen, es braucht auch moralische und ethische Bewertungsgrundlagen, damit wir höher aufsteigen können. Zum Beispiel zu Typ 2 und zu Typ 3. Braucht es die? Vielleicht sind das voll die netten Aliens. Okay, aber die Frage ist, braucht es die? Wir gucken mal kurz zurück auf die letzten 10.000 Jahre menschlicher Geschichte. Würdest du sagen, dass konsequent die nettesten Zivilisationen immer gewonnen haben? Waren die Spanier in den neuen Amerika, waren die die Netteren? Ich meine, klar, die Azteken, die waren fürchterlich, aber trotzdem waren die die Netteren oder, oder, ähm, die, die europäischen Kolonialherren waren die Netter, also. Ich würde sagen, wir sind schon friedlicher geworden, das kann man schon sagen. Das ist wahr, das kann man tatsächlich sagen, das ist tatsächlich das Hauptgegenargument zu den Leuten, die sagen, bloß keine Signale rausschicken, dass man schon sagen kann, ähm, wir sind intelligenter heute, wir sind nicht mehr so barbarisch unterwegs, wir sind friedlicher geworden, aber, wie viel davon ist tatsächlich kulturelle Prägung und, ähm, wie viel davon ist auch der Tatsache geschuldet, dass unsere Waffen, also um ein Beispiel zu nennen, dass unsere Waffen momentan so stark sind, dass wir halt heute auch weniger Kriege führen können, weil wir immer am Rande stehen, halt viel zu viel Schaden anzurichten, ja. ähm, ähm, angenommen, uns würde heute, ähm, angenommen, wir hätten heute irgendeinen Beweggrund gegen eine Zivilisation, einen Krieg zu starten, welcher, ähm, ja, mit Stöckern und Steinen kämpfen würde, würden wir dann wirklich immer noch so friedlich sein? Also, ich verstehe, was du meinst, so, wir sind friedlicher geworden, auf jeden Fall, wir sind besser geworden, aber man darf halt nicht den naiven Fehler machen, glaube ich, dass man sofort per se davon ausgeht, dass das an unserer Intelligenz liegt. Ich, ich würde nämlich dagegen halten, dass es nur, ähm, nur eine winzige Handvoll von Spezies auf der Erde gibt, welche tatsächlich als Sport oder aus Spaß töten, und das sind allesamt die intelligentesten Zivilisationen, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, das sind Schimpansen, das sind Menschen, das sind eine, das sind Delfine, ähm, dann gibt es noch eine kleine Handvoll anderen, aber, ähm, alleine das zu wissen, ist irgendwie schon eine Sache, an der ich mich da sehr störe. Okay, ja, die besinnliche Weihnachtszeit und, äh, die passenden Themen dazu. Toll, 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 ähm, ich würde sagen, wir kommen zu den Hörerfragen, ähm, die sind nicht minder düster zum Teil, aber, ähm, auf jeden Fall sind ein paar gute mit dabei. Äh, die eine ist zum Beispiel von Clemens 2007 und der fragt, kann eine Zivilisation auch absteigen? Das ist eine interessante Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Darüber habe ich vorher tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Also, vielen Dank für die Frage Clemens. Ähm, äh, also ich, generell, ja, würde ich schon sagen, ich glaube schon, dass Zivilisationen eingehen können. Ähm, die Frage ist sicherlich, wie weit. Wenn du eine Stufe 3 Zivilisation bist, ähm, dann wäre es mir nicht ganz erklärbar, wie du auf eine Stufe 2 Zivilisation wieder runterfallen könntest. Also, du müsstest so weit entwickelt sein, dass ich da schon irgendwo ein Lied näher in der Grenze sehe, aber dass zum Beispiel eine Stufe 2 Zivilisation sich wieder so weit zurückentwickelt, dass sie dann doch wieder auf einem Planeten liegt, auf einem Planeten lebt, das könnte ich mir vorstellen. Da hätte ich sogar eine ganz konkrete Idee dahinter. Stellen wir uns mal kurz vor, das, das mag jetzt vielleicht zu lächerlich klingen, aber stellen wir uns mal kurz vor, dass irgendwann, wegen eines Umdenkens, einer Art von neuen Philosophie, große Massen einer Zivilisation für sich beschließen, dass es gar keinen Sinn macht, den Kosmos zu entdecken. Dass man merkt, dass da draußen alles umständlich ist, alles irgendwie ziemlich tot und leer ist und dass man sich zum Beispiel stattdessen in alternative Realitäten, zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz oder Simulationen, flüchten könnten. Vielleicht macht das einfach mehr Spaß und für die braucht man gar nicht so viel Energie. Da reicht die Energie einer Typ-1-Zivilisation locker aus. Man darf nicht vergessen, es kann zwar eine, es kann natürlich eine Bevölkerungsexplosion, also die Menge an Lebewesen geben zwischen Typ 1 und Typ 2, aber in so vielen Orten in unserem Sonnensystem zum Beispiel kann man jetzt nicht leben, als dass jetzt, also es wäre nicht mal gegeben, in meinen Augen, dass unsere Bevölkerung sich überhaupt zum heutigen Stand verdoppeln würde. So, es wäre rein theoretisch machbar, sich zurückzuentwickeln. Oder vielleicht geht die, die Dyson-Sphäre kaputt. So, die Dyson-Sphäre geht kaputt und man hätte zwar die Ressourcen, sie neu zu bauen, aber es kann Jahrhunderte dauern oder Jahrtausende, sie zu bauen und dann macht man das einfach nicht wieder. Dann bleibt man erstmal auf den kleinen Stand oder ist zumindest temporär eine Stufe-1-Zivilisation wieder. Das sehe ich auf jeden Fall alles definitiv gegeben, aber bei Stufe 3, wie schon gesagt, wird es halt so hypothetisch. Das betrifft übrigens auch deren Moral, dass man da, glaube ich, nichts mehr sicher sagen kann. Vielleicht ist es der Wissensverlust. Also, vielleicht gar nicht die Ressourcen, sondern dass man Wissen verliert durch eine Katastrophe oder irgendwas. Das verstehe ich auf jeden Fall auch. Vielleicht auch so ein bisschen der Kontakt zwischen einzelnen, verschiedenen Ablegern. Ich meine, so eine Zivilisation, die würden ja schon weit auseinander liegen. Die Frage ist bloß, was sowas provozieren könnte, dass es so weit kommt. Also, so einen starken Wissensverlust hatten wir zum Beispiel nie in der Menschheitsgeschichte erlebt. Zumindest nicht in der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte. Natürlich gab es da auch so nach dem Fall des Römischen Reiches verschiedene Bereiche, so innerhalb von Europa oder so etwas, wo der Lebensstandard steil bergab ging. Aber auch hier war das ja quasi immer sehr, sehr, sehr temporär. Das ist wahr. Severin, KSS hat eine weitere sehr, sehr gute Frage gestellt, finde ich. Würden wir es überhaupt merken, wenn es eine Typ-3-Zivilisation gibt? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Wie schon gesagt, wir gucken nach riesigen Anzeichen. Ich denke, riesige kosmische Phänomene und Anzeichen würden wir beobachten, die wir nicht richtig erklären können, die wir dann denen, die womöglich dann, diese könnte man denen dann zuschreiben. Aber auch hier würde es ja Jahre dauern, bis wir dann wirklich sagen würden, okay, das könnte eine Zivilisation sein, weil erstmal denken wir natürlich, okay, das ist eine unerklärte Physik oder so etwas. Und das wäre auch erstmal ein sehr naheliegender Gedanke. Es könnte natürlich auch sein, dass so eine Zivilisation uns wirklich halbwegs einigermaßen verborgen bleiben kann. Wenn die nur ein bisschen Energie von Sternen abzapfen und ansonsten vielleicht ein paar Heimatwelten haben, die sonst irgendwo liegen, dann müssen die ja nicht zwangsweise auffällig sein. Ich habe es, glaube ich, in dem Deep Dive erwähnt, aber eine schöne Darstellung einer Typ-3-Zivilisation war ja ein Interstellar. In Interstellar haben ja die Menschen der Zukunft die ganze Zeit mit den Menschen der Vergangenheit interagiert, haben sich aber niemals offen gezeigt. So, der Kontakt und die Interaktion ging ausschließlich von ihnen aus und sie haben das entschieden, wie das ablief. So etwas kann natürlich sein. Jetzt kann man auch irgendwelche Gedanken spinnen bezüglich, ob man in höheren, ob man quasi noch in höhere Dimensionen besuchen könnte oder in Dimensionen über unser Leben könnte. Das wäre jetzt sehr theoretisch, das müssen wir nicht anschneiden. Aber ja, also eine Typ-3-Zivilisation kann vielleicht mächtig Macht haben, das heißt aber nicht, dass sie leichter zu entdecken ist als eine Typ-2-Zivilisation. Okay. Wie hoch könnte diese Skala gehen? Gibt es da so einen Endpunkt? Also, ich würde sagen, es gibt einen Punkt, ab dem es sinnbefreit wird. Also, wie schon gesagt, Karachow hat bis Stufe 3 gedacht und realistisch gesehen ist Stufe 3 erstmal das Maximum. So, wir hatten keine Ahnung, wie man sich über eine Galaxie hinaus wirklich weiterentwickeln sollte. Pipothetisch kam dann Stufe 4 hinzu, also, dass man die gesamte Energie eines Universums nutzen kann und da kann man direkt sagen, ja, das ist, also, wenn wir nicht wirklich irgendeine ganz unbekannte Physik noch gar nicht angefasst haben, dann wird das noch nicht passiert sein. Also, dann kann sowas eigentlich nicht passieren, da hätten wir keine Ahnung wie. Und die Stufe 5 ist dann zum Beispiel schon mega hypothetisch, nämlich, dass man halt in einem Multiversum ganz viele Universen kontrollieren kann und hier sind wir schon an dem Problem angekommen, dass es ja nicht mal im Ansatz irgendeinen Beweis dafür gibt, dass ein Multiversum existiert. Du kannst jetzt rein theoretisch natürlich immer eine Stufe darauf legen, aber da wäre, da wäre ein Sinn und Zweck der Skala eigentlich bereits komplett verloren. Okay. Ich habe hier einen Hörer namens Drake Hoffmann, der Name auch übrigens. Fragt er noch den Drake gleich aus? Nee, tatsächlich nicht. Er treibt es komplett auf die Spitze, es passt gerade ganz gut zum Thema Technologie. Er fragt, könnte man theoretisch einen fremden Planeten in unsere habitable Zone befördern, sodass das Eis schmilzt und sich neues Leben entwickelt? Wäre mega umständlich, also Terraformen wäre für uns heutzutage sicherlich praktischer, dass man den Mars oder sogar noch viel einfacher die Venus terraformt, aber die Frage ist insofern spannend, als dass tatsächlich mal, ich glaube, das war ein Student oder ein junger Physiker in Amerika, der hat mal eine schöne Idee aufgestellt, was eigentlich das ideale Sternensystem wäre, das eine Typ-3-Zivilisation bauen könnte. Und das ist richtig wild. Ich glaube, das war ein großes schwarzes Loch in der Mitte und um das schwarze Loch kreisen acht verschiedene Sterne und die sind alle perfekt zueinander aufgebaut, relativ ruhige Sterne und um diese Sterne kreisen irgendwie jeweils immer acht oder sogar noch mehr Planeten in der habitablen Zone, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass quasi, also wir haben ja schon etabliert, eine Stufe 3-Zivilisation könnte Gott spielen. Das wäre also dann ein einziges System, wo in relativ sehr enger Nähe zueinander, das wäre ja quasi nicht einfach nur ein Doppelsternensystem, sondern durch das schwarze Loch ein Okta-System oder wie man das nennen könnte mit acht Sternen, dass da eben dann Dutzende Planeten existieren würden, die alle erdähnlich sein könnten oder noch besser Supererden sein könnten. Welcher Grund ist dahinter, dass wenn eine kaputt geht, dass man dann auf den nächsten gehen kann? Dass man auf ganz vielen Planeten gleichzeitig wohnen kann, dass man nicht Lichtjahre dazwischen reisen muss, sozusagen. Also quasi, das ist ja quasi sowas wie Städtebau, aber im Weltall oder Weltbau. Aber der expansive Gedanke ist weiter dahinter, so dass man sagt, man will sich sozusagen von Welt zu Welt oder Planet, Planet Wenn du ja erstmal bei einer Stufe 3-Zivilisation angekommen bist, dann ist die Frage, inwieweit du einen expansiven Gedanken überhaupt noch weiterführst. Du existierst da auf einer so hohen Ebene, du hast eigentlich schon so, du hast Expansionen quasi durchgespielt, kann man sagen. So, dann kannst du gucken, wie du jetzt quasi nicht mehr entdeckst, sondern wer du wirklich umbaust, ja. So quasi wie die, ich weiß, ich benutze dieses Beispiel heute exzessiv, aber so wie du, rein theoretisch, wie die ersten Menschen, die in Amerika gelandet sind, erstmal den Kontinent entdeckt haben und dann später angefangen haben, so Wälder umzuholzen und Platz für Städte zu machen, quasi. Ein bisschen was in diese Richtung. Könnten wir jetzt einen Planeten bewegen? Nein. Also, ich bin ziemlich sicher, dass es theoretische Techniken gibt und das könnten super Antriebe sein, beispielsweise oder andere wilde Ideen, wie man das machen könnte, aber ich wüsste nicht mal, eine Stufe 2 Zivilisation könnte wahrscheinlich einen Planeten auseinanderbauen, da wisst mir wesentlich konkreter, wie das geht, aber selbst bei denen würde ich nicht sehen, wie die einen Planeten bewegen könnten. Also das wäre schon so eine sehr hohe Aufgabe. Vielleicht noch nicht ganz Stufe 3 hoch, aber sagen wir dann vielleicht in dem Fall Stufe 2,5 Zivilisation hoch, diese Richtung. Ja, schweres, aber sehr, sehr interessantes Thema. Wir kommen tatsächlich heute hier jetzt zum Abschluss. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das Thema außerirdisches Leben uns noch häufiger in anderen Folgen auch begleiten wird, lieber Tim. Also, liebe HörerInnen, supportet uns weiter kräftig. Es ist absoluter Wahnsinn, was hier mit der ersten Folge passiert ist. Wir sind da natürlich weiter auf euch angewiesen. Vielen, vielen Dank. Auch dieses Mal hat es wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hoffen auch, dass die zweite Folge euch sehr gefallen hat und kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns bald. Schöne Ferien. Macht's gut. Zucker Studios